Hallöchen Leute! Ja, was seht ihr? Ihr seht hier das Softwarefenster für die Elgato GameCapture HD 60 sogar. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich diese Capture Card zu Weihnachten bekommen habe und ich somit auch, wie ihr schon sicherlich seht, meine Wii U aufnehmen kann in perfekter HD-Qualität mit 60 frames per second. Ähm, ja, da wollte ich euch nur nochmal Bescheid sagen, denn diese ganzen Sachen, die ich aufnehmen werde, heißt kleine Gameplays, Testvideos, Online-Sachen, leider keine Let's Plays, weil ich da eigentlich nicht, ich sag mal, die Lust auch zu habe und das ein bisschen viel wird dann, aber so kleine sportale Videos kann ich natürlich aufnehmen. Ähm, ich habe auch schon was hochgeladen und zwar auf meinem Metaplay-Kanal, denn dieses Video soll euch nur dafür, ähm, zur Verfügung stehen, dass ich euch informieren kann, dass ich nur auf meinem Metaplay-Kanal, meinem Zweitkanal, den ihr, ähm, hier auf meinem Mr. Cobblestone 23-Kanal in der Kanalbeschreibung als Link findet, da werde ich nur meine Capture Card-Sachen hochladen, ähm, was so viel heißt wie, da findet ihr alle meine Nintendo-Videos im Allgemeinen, inklusive Game Capture-Videos, ähm, der Wii U. Ich habe auch schon zwei kleine Videos hochgeladen, ein Testvideo, Super Smash Bros., weiß ich, vier Sekunden, das war eine Minute oder so, das war einfach nur zum Testen. Das zweite Video ist auch ein Test erstmal, da habe ich aber schon mal gesprochen mit meinem Mikrofon hier und Mario Kart 8 gespielt und habe das Ganze meinen Sony Vegas mit meinen normalen Rendereinstellungen bearbeitet, da könnt ihr mal eure Meinung hinterlassen, wie das mal aussieht. Inzwischen habe ich aber schon wieder eine andere Capture, äh, Capture sage ich schon, eine andere Rendereinstellung, die viel, viel besser ist und qualitativ hochwertiger ist. Da werde ich demnächst auch noch ein Video hochladen, also freut euch drauf. Ne, wie gesagt, wenn ihr Nintendo-Videos sehen wollt von der Wii U in HD mit Kommentar bei mir, dann unbedingt meinen Metaplay-Channel verfolgen, auch abonnieren, wenn ihr könnt, weil ich sehe ja, ich habe hier auf diesem Kanal sehr viele Abonnenten, die teilweise gar nichts von meinen Aktivitäten auf meinem Zweitkanal mitkriegen. Ähm, genau, das sei so gesagt. Ansonsten wünsche ich euch noch schöne Feiertage, heute ist der 25. Ähm, erster Weihnachtstag, wie gesagt, das war ein Geschenk von mir. Ich habe übrigens auch noch, äh, 155 Euro, ne, 75, ich bin ein Bonzer, Leute, ähm, Euro so dazu bekommen, plus Anfang des Monats 50 Euro Dauerauftrag auf meinem Konto, das heißt, ich habe 225 Euro am ersten. Ähm, das bedeutet auch, ich werde mir ein neues Handy kaufen, weil das interessiert euch ja nicht. Für euch ist ja erstmal nur wichtig, dass hier die Capture-Card gezeigt wird. Alles klar, das war's von mir, heute rein, schöne Feiertage, wir sehen uns später dann auf dem Zeug-Kanal. Bis später, ciao!